Guten Tag meine Freunde, willkommen zurück zu Ciao auf Fantasy mit unserer, ähm, die andere Hexe, Tsubasa. Okay. Ach, das ist täglich, äh, irgendwas. Mhm, 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 da hat's noch mehr? Ach ja, da unten. Was ist das? Nitro-Angebote. Ein Monat lang kostenlos. Okay. Nein, danke. Flims. Glückwunsch, Tag 2. Glückwunsch, 190. Finde das verlassene Labor, das machen wir nächstes Mal. In der letzten Folge hab ich, oh. In der letzten Folge hab ich, äh, Tiktok-Stream gemacht. Surprise! Äh, ja, in der letzten Folge hab ich ja diesen Tiktok-Livestream gemacht nebenbei. Bäh, egal. Ich kapiere das wirklich. Ich... Shit! Yay. Yay. Wie viel muss ich schaffen? 1400. Naja, wir regenerieren uns ja mit der Zeit selber. Da gibt's kein, äh, Kistchen, das hab ich in dem Fall schon geholt. Ja, okay, ich muss da runter. War ja, natürlich, klar. Ach, stimmt, das ist jetzt die Arena. Ich erinnere mich. Bevor wir da reingehen, erst mal die Kiste da oben holen. Perfekt. Sonst noch irgendwas? Nein. Okay. Dann öffnen wir mal das Tor. Ah, ich erinnere mich. Jetzt wird euch mal der Computer gehackt. Nicht-identifizierten Besucher erkannt. Cool, dass das jetzt auch auf Deutsch ist. Dieses, ähm... Heck-sum-steam. Ja, ich erinnere mich. Gut, dann latschen wir wieder. Uh, die Kiste hol ich eben ja aber auch noch schnell. Stimmt ja, ich hab diese neue Waffe. Diese, äh... Lanze da. Friss mein Elektrosperr. Ach, der lebt noch. Ich dachte, der geht jetzt in sich zusammen. So, der geht jetzt. Dann öffnen wir es halt von hier unten. Jetzt warte kurz, bis ich die Kiste fertig hab. So, jetzt kannst du sterben. Und friss den Speer! Errungenschaften! Glückwunsch! Wie viel hab ich? 65. Dauert also noch ein bisschen. 300 Millionen Meter oder wat? Was haben wir hier? 5 und 8. Und hier haben wir 0. Ach, an die Kiste komm ich irgendwie noch nicht ran. Ich weiß nicht, wie ich das damals gemacht hab. Das ist noch ein Rätsel! Hallöchen, ich bin da! Ja! Das ist diese schwarze DNA. 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 und beim anderen habe ich jetzt neun sprich da fehlt noch einer aber den krieg ich bestimmt auch im laufe des damit krieg ich es nicht klein okay vielleicht damit perfekt jetzt kommt dann die Szene wo sie verschwinden glaube ich zumindest es wird das Portal geöffnet und dann für später sind wir franz sorry meine Stimme ist noch nicht ganz da oh noch mal ne Kiste eigentlich wollte ich da hochgehen um die hier zu ham... 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 ja um die zu ham... um die zu sammeln repariere Daten geschütze Reparatur 15 Stunden 16 Minuten ok Kiste kriege ich also noch nicht da mach ich jetzt hier stehen kalt so oh shit franz mein Freund ja ich hab alles mitbekommen so also ich weiß nicht wie es euch geht aber die HV passt irgendwie besser oder finde ich persönlich irgendwie geiler als die wo ich davor hatte so bin ich zufrieden auch wenn ich wahrscheinlich eher die Tower of Fantasy Characters nehme wie zum Beispiel Spasa aber diesen King den werde ich nicht spielen der sieht scheiße aus mir persönlich aber ich muss jetzt gleich mal auf Pause drücken denn ich müsste mal dringend wohin aber davor erstmal natürlich wieder ein Wischiwaschi machen und let's go Gibt's was episches oder gibt es nur was blaues? das sehen wir jetzt gleich es gibt was blaues dann können wir gleich überspringen don pan Jetzt würde ich gerade sagen Hölle hat Katze, aber das ist ein Hund. Okay. Habe ich das bei der Peter eigentlich auch gemacht mit so einem Fifi oder habe ich das gelassen? Naja. Ähm. Hier ist die schöne Pause-Sequenz. Well. Jo. So, das... Da bin ich wieder. Zwar werdet ihr davon nix merken, weil ich hier Pause drücke, aber ja. Cool. So, dann sprechen wir mal wieder mit Paluten. Ich bin auch hier. Ich bin auch hier wahrscheinlich stehlos, oder? Dikki! FTvatıyor! Geek wurde mit dem Scherli zu retten. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Was hast du gesehen? Geek hat es gesehen. Ich habe es auch mit dem Ketten. Ich kann es sehen. Dein Schmerz. Dein Schmerz. Dein Schmerz. Dein Schmerz. Warum Englisch? Ich kann es sehen, dass dein Selbstpidig ist. Dein Schmerz. Dein Schmerz. Dein Schmerz. Aber die Schmerz ist nicht ohne Hoffnung. Die Kürze hat lange gegründet. Es ist tief in deinen Schmerz. Inundiert in Fleisch und Blut. Du hast alle vergessen, wie die Welt war. Du hast alle vergessen. Diese Welt erhielt zur Menschheit. Aber die Mörder sind Puppets des Willens. War das damals bei der Beta auch englisch? Das war schon englisch, aber... Hatte der auch englisch gesprochen damals? Was? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017